Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Okay, wahrscheinlich der letzte Part. Wir haben alles eingesammelt. Alle Creme Münzen, alle Donkey Kong Münzen. Noch nicht eine. Eine bekommen wir noch, wenn wir jetzt King K. Rool zum zweiten Mal besiegen. Er fordert zur Revanche im Tempel. Und er sieht nicht gerade gut aus. Und er hat noch Fische drin. Der Gesichtsausdruck eben von ihm. Und der Kampf geht quasi nahtlos weiter. Mal sehen, ob wir das schaffen können. Auf jeden Fall sieht der Tempel ziemlich cool aus. Ich glaube, wir müssen nur ein einziges Mal ihm eine Kanone... ...eine Kanonenkugel zurück in die Büchse befördern. Ansonsten müssen wir eigentlich immer nur ausweichen. Was mir bisher auch gelingt. Boah, das war fies. Jetzt hängt alles in Diddy. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal und ducken. Drei Mal und springen. Boah. Das war's. Wir haben ihn gleich besiegt. Und er fällt in diesen leuchtenden Kegel rein. Was auch immer das ist. Interessiert sich die auch nicht wirklich? Aber mich. Schauen wir mal hin. Jedenfalls ziemlich uncool, dass er da reingefallen ist anscheinend. Hm. Nicht schlecht. Ich muss zugeben. Naja, also gut. Ihr wart wirklich klasse. Ihr wart sogar super. Ja, wir spielen halt Super Nintendo, ne? So. Lasst uns mit den Lobesfilmen aufhören und endlich nach Hause gehen. Oder was meint ihr? Ach naja. Mein Gott. Gehen wir erstmal nach Hause, ne? Und da sehen wir es. Seid ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch seit dem letzten Mal verbessern konntet. Ja, konnten wir. Wow. Ich muss zugeben. Das hätte ich auch nicht viel besser gekonnt. Prima. Ihr scheint schon ganz nach mir zu kommen. Spitze. Ja. Sonic in der Mülltonne. Yoshi auf Platz 3. Mario auf Platz 2. Und Diddy Kong ist der King. Tja, und jetzt scheinen die Insel unter zu gehen. King K. Rool allerdings flüchtet mit seinem Schiff. Denn er wird in Donkey Kong Country 3 auch noch ein bisschen Unfug anstellen. Hört man an der Lache. Er ist nicht tot. Noch lange nicht. Tja, und Donkey Kong und Diddy Kong und Dixie Kong, ja. Beobachten das Ganze in einem für damals beeindruckenden Renderfilm. Render Standbild. Bewegt sich nur das Wasser und Dixies Haar. Wollt ihr mir erzählen, dass das alles war? Das ist ein kurzer Part. Nintendo presents. Ja, was presentest du denn? Ja. War das alles? Mehr bekomme ich dafür nicht. Mal sehen. Ja, und wieder. Und wir haben uns sogar verbessert seit dem letzten Mal. Yeah, um 5 Minuten. Eins verstehe ich nicht. Warum sind hier 75 Cremions und hier 0? Musst du die doch bezahlen. Sonst kommt man gar nicht. Egal. Alles so 102%? Warum schon wieder auf Englisch? Das verstellt sich immer selbst. Oh yeah, ich hab noch nie so einen kurzen Part gemacht in meinem Leben. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir haben jedes Level komplett gelöst. Komplett auseinandergenommen. Freut euch! Dann gehen wir mal traditionsgemäß wieder ins erste Level. Dort, wo alles begann. Und ich zeige euch etwas, was ich verpasst habe im ersten Part. Nämlich eine kleine Abkürzung. Tschuppa tschupp. Da, 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 da. Ein unsichtbares Fass. Okay, man bekommt 25 Bananen und eine Münze. So, gucken wir mal, ob was hier sich verändert hat. Nichts. Immer noch die Nachricht von K. Rool. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wir werden direkt weitermachen mit Donkey Kong Country 3. Das wird mindestens genauso spaßig. Ich freue mich richtig drauf, weil es Level sind, die ich nicht so kenne. Und auch das Prinzip mit der Landkarte und so. Das finde ich eigentlich ganz dufte. Oh, was ein Wort. Ja. Die 80er wollen ihr Wort zurück. Naja, gut. Dann spiele ich das Level nochmal kurz durch. Und werde dann mit Didis Gitarren-Solo dieses Let's Bay beenden. Danke fürs Zusehen. Oh nein, ich will mit Didi beenden. Rambi will ich nicht. Komm, bestimmt noch ein Donkey Kong-Fass. Dann halt mit Dixie. Ist auch egal. Tja, Leute. Was soll ich noch sagen? Vielen Dank fürs Ansehen. Es hat mir Spaß gemacht. Aber es geht ja direkt weiter. Bis dann Donkey Kong Country Returns veröffentlicht wird. Bleibt am Ball, meine lieben Freunde. Und bis dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi. 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 Und ich wünsche euch einen Ohr.